Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Libre aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Val scharrte mit dem Stiefel über den steinigen Pfad. Das Boot ist klein, Serena. Annika könnte mit uns kommen, aber sonst niemand. Uns? Val zog sie näher an sich ran. Ich gehe mit dir. Wann auch immer, wohin auch immer. Serenas Herz machte einen Satz. Brauchen sie dich nicht, um Azura zu finden? Um mit den Bewohnern zu verhandeln, wenn sie dort ankommen? Sie wollte ihn bei sich haben, wenn sie sich auf den Weg zu Nomi machte. Aber sie wollte auch, dass jede Frau auf der Insel den Weg in die Freiheit fand. Kommandant Ritchie hat Karten. Manche dieser Frauen kommen aus Fischerfamilien. Selbst wenn sie keine Karte lesen können, kann ich es ihnen zeigen. Sie werden wissen, wie man das Schiff steuert. Er strich ihr zärtlich über den Rücken. Und was die Verhandlungen angeht, dafür werden sie keinen Mann brauchen. Sie werden für sich selbst sprechen wollen. Plötzlich war Serenas Kehle wie zugeschnürt. Ja, sie wollen für sich selbst sprechen. Eine Weile gingen sie schweigend weiter, die Arme umeinander geschlungen, sich gegenseitig stützend. Serenas Blick huschte zum Meer, das sich so glitzernd blau bis zum Horizont erstreckte. Von hier aus konnte sie gerade so den Rand des Piers ausmachen, und dahinter... Well! Sie blieb wie angewurzelt stehen und streckte eine zitternde Hand aus. Well, sieh nur! Ein Schiff! Nomi Tesaro stand an Bord des wogenden Decks, ihr schweres, goldenes Kleid mit Blut verkrustet und weinte hilflos, als vor ihr der dunkle Schatten der Gefängnisinsel auftauchte. Das war nicht die triumphale Rettungsmission, die sie sich vorgestellt hatte. Auf Nomi wartete ihre eigene kleine Zelle. Ihr eigenes Leben oder ihr Tod in Gefangenschaft. Assa hatte versprochen, sie wieder mit Serena zu vereinen, aber sie hätte nicht gedacht, dass er das damit meinte. Nicht, bis sie hatte mit ansehen müssen, wie er seinem Vater die Kehle durchschnitt. Maris, wie Nomi eine Grace des Thronerben, hatte es leider auch gesehen. Also hatte Assa sie beide als Gefangene fortgeschickt, damit er die Illusion aufrecht erhalten konnte, sein älterer Bruder, der Thronerbe, hätte den Mord begangen. Jetzt lehnte Maris ein paar Schritte von Nomi entfernt zusammengesunken an der Reling. Ihr schwarzes Haar völlig zerzaust, ihr rotes Kleid von Meerwasser durchnässt. Nomi öffnete den Mund, um sie zu trösten, ihr Mut zu machen oder sich wenigstens erneut zu entschuldigen, doch der Wind raubte ihr den Atem. Vielleicht wusste er, dass alles, was sie zu sagen hatte, nur leere Worte waren. Inzwischen hatten sie den Berg des Verderbens fast erreicht. Sie konnte schon den ramponierten Betonpier sehen. Nomi atmete die Meeresluft tief ein und schluckte schwer.